Das Mädchen mit den Schwefelhölzern von Hans Christian Andersen Es war fürchterlich kalt, es schneite und begann dunkler Abend zu werden. Es war der letzte Abend im Jahre, Neujahrsabend. In dieser Kälte und in dieser Finsternis ging ein kleines, armes Mädchen mit bloßen Kopfen und nackten Füßen auf der Straße. Sie hatte freilich Pantoffeln gehabt, als sie vom Hause wegging, aber was half das? Es waren sehr große Pantoffeln, ihre Mutter hatte sie zuletzt getragen, so groß waren sie. Diese verlor die Kleine, als sie sich beeilte, über die Straße zu gelangen, indem zwei Wagen gewaltig schnell daherjagten. Der eine Pantoffel war nicht wiederzufinden und mit den anderen lief ein Knabe davon, der sagte, er könne ihn als Wiege benutzen, wenn er selbst einmal Kinder bekomme. Da ging nun das arme Mädchen auf den bloßen, kleinen Füßen, die ganz rot und blau vor Kälte waren. In einer alten Schürze hielt sie eine Menge Schwefelhölzer und ein Bund trug sie in der Hand. Niemand hatte ihr während des ganzen Tages etwas abgekauft. Niemand hatte ihr auch nur einen Dreier geschenkt. Hungrig und halbverfroren schlich sie einher und sah sehr gedrückt aus, die arme Kleine. Die Schneeflocken fielen in ihr langes, gelbes Haar, welches sich schön über den Hals lockte, aber an Pracht dachte sie freilich nicht. In einem Winkel zwischen zwei Häusern, das eine sprang etwas weiter in die Straße vor als das andere, da setzte sie sich und kauerte sich zusammen. Die kleinen Füße hatte sie fest angezogen, aber es froh sie noch mehr und sie wagte nicht nach Hause zu gehen, denn sie hatte ja keine Schwefelhölzer verkauft und nicht einen einzigen Dreier erhalten. Ihr Vater würde sie schlagen und kalt war es daheim auch. Sie hatten nur das Dach gerade über sich und da pfiff der Wind herein, obgleich Stroh und Lappen zwischen den größten Spalten gestopft waren. Ihre kleinen Hände waren vor Kälte fast erstarrt. Ach, ein Schwefelhölzchen könnte gewiss recht gut tun, wenn sie nur wagen dürfte, eins aus dem Bunde herauszuziehen, es gegen die Wand zu streichen und die Finger daran zu wärmen. Sie zog eins heraus. Ritsch! Wie sprühte es, wie brannte es. Es gab eine warme, helle Flamme, wie ein kleines Licht, als sie die Hand darum hielt. Es war ein wunderbares Licht. Es kam dem kleinen Mädchen vor, als sitze sie vor einem großen, eisernen Ofen mit Messingfüßen und einem messingenden Aufsatz. Das Feuer brannte ganz herrlich darin und wärmte schön. Die Kleine streckte schon die Füße aus, um auch diese zu wärmen. Da erlosch die Flamme, der Ofen verschwand. Sie saß mit einem kleinen Stumpf des ausgebrannten Schwefelholzes in der Hand. Ein neues wurde angestrichen. Es brannte, es leuchtete und wo der Schein derselben auf die Mauer fiel, wurde diese durchsichtig wie ein Flor. Sie sah gerade in das Zimmer hinein, wo der Tisch mit einem glänzend weißen Tischtuch und mit feinem Porzellan gedeckt stand. Und herrlich dampfte eine mit Pflaumen und Äpfeln gefüllte, gebratene Gans darauf. Und was noch prächtiger war, die Gans sprang von der Schüssel herab, watschelte auf dem Fußboden hin mit Gabel und Messer im Rücken. Gerade auf das arme Mädchen kam sie zu. Da erlosch das Schwefelholz und nur die dicke kalte Mauer war zu sehen. Sie zündete ein neues an. Da saß sie unter dem schönsten Weihnachtsbaume. Der war noch größer und aufgeputzter als der, welchen sie zu Weihnachten durch die Glastüre bei dem reichen Kaufmann erblickt hatte. Vieltausend Lichter brannten auf dem grünen Zweigen und bunte Bilder wie die, welche die Ladenfenster schmüppten, schauten zu ihr herab. Die Kleine steckte die beiden Hände in die Höhe, da erlosch das Schwefelholz. Die vielen Weihnachtslichter stiegen höher und immer höher. Nun sah sie, dass es die klaren Sterne am Himmel waren. Einer davon fiel herab und machte einen langen Feuerstreifen am Himmel. Nun stirbt jemand, sagte die Kleine, denn ihre alte Großmutter, welche die einzige war, die sie liebgehabt hatte, die jetzt aber tot war, hatte gesagt, wenn ein Stern fällt, so steigt eine Seele zu Gott empor. Sie strich wieder ein Schwefelholz gegen die Mauer, es leuchtete ringsum her und im Glanze desselben stand die alte Großmutter glänzend, mild und lieblich da. Großmutter, rief die Kleine, und nimm mich mit, ich weiß, dass du auch gehst, wenn das Schwefelholz ausgeht. Gleich wie der warme Ofen, der schöne Gänsebrat und der große, herrliche Weihnachtsbaum. Sie strich eilig den ganzen Rest der Schwefelholzer, welche noch im Bunde waren. Sie wollte die Großmutter recht festhalten. Und die Schwefelholzer leuchteten mit solchem Glanz, dass es heller war als am lichten Tage. Die Großmutter war nie so schön, so groß gewesen. Sie hob das kleine Mädchen auf ihren Arm und in Glanz und Freude flogen sie in die Höhe. Und da fühlte sie keine Kälte, kein Hunger, keine Furcht. Sie waren bei Gott. Aber im Winkel am Haus saß in der kalten Morgenstunde das kleine Mädchen mit roten Wangen, mit lächelndem Munde, tot, erfroren am letzten Abend des alten Jahres. Der Neujahrsmorgen ging über die kleine Leiche auf, welche mit Schwefelhölzern da saß, wovon ein Bund fast verbrannt war. Sie hat sich wärmen wollen, sagte man. Niemand wusste, was sie Schönes erblickt hatte. In welchem Glanze sie mit der alten Großmutter zur Neujahrsfreude eingegangen waren.